willkommen zurück zu castle war ja so ja wir müssen jetzt ich würde mal sagen ich spring mal hier locker hier und hier dann hier kann man das eventuell das kann man kaputt machen ist da ein schlüssel dabei bitte lass deinen schlüssel dabei sein kein schlüssel ja was nützen wir das denn hier wo zum teufel ist der schlüssel da unten da unten ist er wahrscheinlich hier auch wieder bloß gold echt wo soll denn der schlüssel ist doch der anfang hier also das andere da oben brauchten wir eigentlich auch nicht jetzt bin ich wo ist der schlüssel unten haben wir doch auch alles manchmal geht es da noch alle am rand darunter weiter gucken mal oder war es jetzt muss das war wie geht es nicht lang und hier in den zahnrädern rein glaube ich auch nicht wo soll der schlüssel sein verstehe das nicht oder brauche ich vielleicht kein start noch mal hier aber es geht gar nicht man braucht schlüssel oder ich habe gesagt man braucht ein schlüssel ich weiß jetzt was da drüben ist das ist natürlich jetzt nur geld und dings steine wir brauchen ein schlüssel ich weiß nicht wo der schlüssel ist was mache ich jetzt wieso fehle ich hier so moment so machen wir den weg nochmal okay dann nehmen wir das dann doch mal mit dann gehen wir den weg eben nochmal hoch ist ja schon reichlich so ja aber in der ecke scheint äh kein so und hier haben wir den anfang mal nochmal kohle so okay das kann ja dann nur moment ich gucke mal wir gehen nochmal hier lang da da ist der schlüssel wahrscheinlich da komme ich jetzt hier nicht so mehr hoch na prima da muss ich jetzt quasi hier aber nicht so weit bis auf die erste plattform hier vielleicht so warte mal kann ich jetzt mal da drüben gucken ehrlich jetzt komme ich dann nur vom anfangsgebiet hin oder nicht die stacheln hier ne oh Entschuldigung schon wieder ich weiß in einer Aufnahme war das schon mal der einzige Weg da muss ich hin da muss ich hin hätte ich da nicht auch irgendwie hinspringen können ah hier guckt mal hier wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit okay das versuche ich jetzt mal wenn ich mal hier Fuß fasse würde ich sagen vielleicht noch eins höher dann können wir hier gleich so schön ruhig naja die stacheln das erinnert mich an nein aber das war schon gut ich hätte einfach nicht jetzt so vor eigentlich handeln sollen so so ich bin mal am besten wieder da an die an die Wand welches Spiel war das nochmal God of War ne wurde es da auch in der Hölle und dann diese Dinger hier oh ne das war übel war das Leute das war übel so jetzt kommt der grad oh hoffentlich komme ich da auch jetzt ne Mist beim Zahnrad hätte ich ja genau wie soll man denn sonst da hinkommen weil ich hier hochkommen kann man immer es geht eigentlich das ist nicht so schwer das schwere ist eigentlich nur ich frage mich jetzt gerade ob ich vielleicht von der Anfangsposition so hier auf dem Zahnrad bleiben das ist nämlich das auf die Dinger die Kamera die will jetzt gar nicht so hier 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 nein 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 oh man zu als Schwein war das so gut gewesen so aber so müsste es funktionieren dann habe ich den Schlüssel dann gehe ich hier wieder runter dann gehe ich hier den ganzen Weg wieder nach oben und dann müsste es klappen eigentlich oh ne jetzt wollte er wieder nicht springen der Aal und und sprichst jetzt nicht darüber doch mal an irgendeinem Punkt wird man dann auf einmal auch wieder zu nervös achten ich gehe doch wieder ein zu Und warte. So, jetzt. Ah, nein. Jetzt ist er mal aus dem Stand übelst weit gesprungen. Ne, von der ersten hat es keinen Sinn. Da muss schon hier von der zweiten. Ey. Oder doch. Ich brauche nur den Schlüssel. Nur den Schlüssel. So, das Ding fährt wieder ein. Jetzt kommt's. Nicht so weit. Ich höre auf zu rutschen immer, wenn man stehen bleiben will. Der rutscht ja immer noch. So. So. Nicht so weit. Es ist der Schlüssel, Leute. Es ist der Schlüssel. Ich fasse es nicht. Was für eine Qual. So, jetzt nur hoch. Nur wieder den ganzen Berg nach oben. Und dann geht das schon. So, hier rum. Ne, ich springe wieder an dem Ding da ran. Was da kommt. Genau. Hier rüber. Ich warte, bis da eine glatte Kante kommt. Hier rüber. So, jetzt. Nein. Oh, nö, nö, nö. Wieso habe ich da nicht gespeichert? Wieso? Wieso habe ich nicht gespeichert? Ich glaube, da kommen wir auch so hin. Vom Anfangspunkt. Nein. Wir gehen den Weg hier. Den. So, du Misfi haust mal ab hier. Drecksplage. Das nehme ich natürlich auch noch mit. Jetzt wählen wir mal einen leichteren Weg. Ich habe nämlich gerade was gesehen, dass wir vom Anfangspunkt auch locker darüber können. So. So. Hier hoch. Hier ist der Anfangspunkt. Und seht ihr, dann können wir nämlich da rüber springen. Machen wir Platz hier. So Kamera geht natürlich nicht, ne. Weil da soll man nicht so hin. Ja, ja. Das soll man ja nicht sehen. Deswegen kann man die Kamera da gar nicht drehen. Das ist übel. So, jetzt müssen wir nur noch mal den Berg, äh, hier hoch. So. Schön weiter. Wieder da ranspringen. Das machst du sehr gut. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. So, jetzt seh ich aber. Mit Schlüssel. Ich hab mir das schon gedacht. Dass ich da wieder zu nervös bin. So. Jetzt raus hier. Boah. Glockenturm 3. Wie viel kommen denn noch von den, äh, Glockenturm? Glockenturm 99. Ach, jetzt kommt die Treppe. Äh, ja. Da muss ich unbedingt ein Safe setzen. Und voll epische Musik. Und ich glaube hier, wartet mal. Ich muss mal überlegen. Wenn ihr auf leicht spielt, ich weiß gar nicht. Könnt ihr dann hier auch noch durch? Äh. Also, ich weiß es gar nicht. Also, irgendwo hier auf dem Weg hoch. Wenn man die Treppe hier, die erste, die ich jetzt genommen habe. Ich glaube, hier könnt ihr auch noch rein. So, hier mach ich mal noch ein Safe. Darauf habe ich gewartet. Endlich. Das ist der Höhepunkt. Ach, jetzt müssen wir doch gegen den kämpfen, weil wir von denen gekauft haben, oder was? Ich will nur Lebewohl sagen. Ach, nee. Der will nur Lebewohl sagen. Okay. Man spricht, äh, schon von einem drohenden Krieg. Der Tod von Millionen ist äußerst gut fürs Geschäft. Das glaube ich. Bin schon weg. Kein Treffen mehr mit mir. Zumindest nicht, solange du lebst. Arribidechi, Kollege. Man sieht sich. Ich hoffe nicht. Gut, ich hätte jetzt auch noch das letzte Geld ausgegeben. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen was gekauft. So, jetzt müssen wir mal nochmal einen Safe machen. Dann brauchen wir uns das nämlich. Nee, ich glaube, äh... Ich glaube, wenn ihr auf Easy spielt, ist hier... ...komt ihr hier nicht mehr weiter, möchte ich sagen. Ich schaue mal hier jetzt, wo es hier hingeht. Oder ihr kommt doch noch ein Stück weiter, die Treppe hoch. Das kann auch sein. Und kommt da... Ja, oder kommt hier oben nicht mehr weiter. Irgendwie so war das. Ist ja auch egal. Ich hab's... Ich hab's ja... Ich spiel's ja das erste Mal hier. Ich hab's ja nur in Videos gesehen. Ich weiß das nicht mal genau. Es war jedenfalls hier irgendwo auf der Treppe. Jetzt hab ich gar nicht geguckt, ob da... Na, ist egal. Okay, mach ich aber nochmal einen Safe. Sollte das der letzte Part sein? Wir werden sehen. Kommt jetzt Dracula endlich? Schlossbereich. Okay. Das waren wir hier nicht schon mal, wo der Sarg war und so? Mann, wie geht er mit seinem Sarg um? Das ist aber... Du wagst der Macht der Finsternis zu trotzen. Suchst du den Tod? Ja, suchst du den Tod? Ne, den Tod haben wir vollstuhlungen gebracht. Da ist er. Also das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie der Kampf ging. Da muss ich erst mal sehen. War bestimmt Liebe. Wie du willst. Ich werde dich in Stücke reißen. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie er schießt hier mit. Ich weiß nicht mehr, wie das wieder ging. Ach, er schießt hier mit. Okay. Ich habe keinen Schaden gemacht. Anscheinend. Okay, er macht Druckwellen. Komm, ich muss ihn doch auch mal treffen. Er hat noch gar keinen Schaden genommen. Was ist denn das für ein Arsch? Ich habe aber umso mehr Schaden genommen. Warte mal, wir nehmen mal hier... Ist ja der letzte Kampf. Nehmen wir mal ein Hütchen. Was dampft denn hier immer so? Hä? Bist du der Wind oder was? So. Nein. Geh weg. Ah, jetzt bleibe ich im Vampir-Status. Kacke. Okay, das können wir heilen. Ähm, ein Heilkristall. Können gleich noch ein Brathähnchen dazunehmen. Okay, wenn er mich ansaugt, muss ich aufpassen. Aber seht ihr das, Leute? Der hat immer noch keinen Schaden genommen. Ich frage mich. Der nimmt keinen Schaden. Sau. Stirb. Ne, der nimmt keinen Schaden. Verstehe das nicht. Ich verbrauche. Ich kann ja dann nochmal den Kampf neu beginnen. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Erstmal, ich denke mal, dass wir, dass ich gleich einen Schnitt machen werde und dass wir den... Nein, 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 nein. Was soll das denn? Ja, diesmal hat er mich nicht vergiftet. Der alte Lütscher. Ah, jetzt hat er... Ja, lassen wir mal so. Mal sehen. Ähm. Aber ich mache denen doch gar keinen Schaden. Jetzt frage ich mich gerade. Ach so, hat das was mit der Nacht und Tag zu tun, vielleicht? Aber wir können jetzt nochmal verbrauchen. Heilkristall. Kann ich denn jetzt vielleicht hier das Spezial anwenden? Ne, kann ich nicht. Dann ist das wahrscheinlich nur was für, wenn man das nochmal durchspielt oder so. Ich mache den kleinen Schaden. Und jetzt haben wir doch... Jetzt haben wir doch am Tage. Ach. Wartet mal. Ich muss... Ich schaue mich mal hier weiter um. in den Raum. Ich glaube, ich muss die Gardinen hier irgendwie runterhauen. Ähm. Okay, das lade ich neu. Das lade ich neu, Leute. Dafür habe ich zu viel verschwendet. Machen wir den Partner mal ein bisschen länger, weil man muss ja erstmal rausfinden hier, wie das funktioniert hier, ne? So, die Sequenz können wir überspringen. So, jetzt will er mich ansaugen. Nein, ich will nicht. Lass mich. So kann ich nicht hier irgendwie... Ich muss doch eine Möglichkeit geben, weil ich mache den ja gar keinen Schaden. Ja, ja. Warte mal. Geh doch mal. Hör doch mal auf jetzt hier. Nee, tut sich ja auch nicht ansaugen. Sau. Kann ich denn hier nirgends so was kaputt? Oh. Das, was er zu einschmeißt, das... Und, äh... Nö. Lass. Wir haben's am Tage. Oh, nee. Okay, er hat mich aber noch nicht, äh, ne? Ist schon weh. Okay, ich habe ihm jetzt Schaden gemacht. Warum das? Okay, ich habe jetzt keine... Und die Kreuze. Ah, nein, 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 nein. Jetzt hat er wieder keinen. Oder lädt er sich immer wieder auf. Warte mal, dann nehmen wir doch mal Lost Beef. Das ist gerade richtig. Man muss nur alle Knöpfe drücken. Aber der nimmt keinen Schaden. Na gut, die Leute, ich glaube, ich werde dann erst mal... Jetzt kann ich eh nichts mehr machen. Okay. Haben wir zweimal getestet. Ich schaue mal nach, weil das bringt ja nichts. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den erledigen soll. Ich lese mal im Internet, wie ich den machen muss. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part werden wir dann Dragula platt machen. Ein für alle Male. Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Castlevania. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.